Hallo und willkommen zur nächsten Folge von Star Wars, die heute war Black. Schmuggler, bisschen weiße Schurke. Mir ist aufgefallen, dass ich in den ganzen letzten Folgen hier gar keinen Erfahrungsschub drin hatte. Deswegen habe ich mir jetzt mal einen reingeknallt. Ich muss aufspringen, dass ich das hier nicht wieder vergesse. Ich will hier auch gleich mal hier in die Leiste reinlegen. Du bist gleich klein höher. Wir beginnen jetzt erst mal mit dem Handlungspunkt von Tatooine. Wie immer, es geht mir natürlich langsam durch. Ich will kein Ärger haben. Und tut den sogar ein, zwei? Fowler, ja, geiler Name, Fowler. Bring mit dem Abgeordnete, Fowler. Nach ganz Zeiten, da portere ich mich hin. Ja, geh weg. Ich will fünf Level drüber, zum Beispiel. Und ein paar Level werden wir jetzt mal noch aufsteigen. Erst recht, weil ich jetzt den Erfahrungsschub rein geknallt habe. Das hier gibt 26k. Wir brauchen 182. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt hier so gleich ist wie auf der Imps-Seite. Und die Gespräche werden ja anders sein. So, noch ein Durchreisender. Da geht's schon rein. So, noch ein Jedi-Gelehrter. Oh, der Fahrstuhl ist sogar gerade da. Geil. So. Moment, ganz ruhig. Oha. Ne, entladen. Hör auf mit dem Entladen. Ich hasse diese Fähigkeit. Hallo, ich steh doch hinter dem. Und zack, 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 das noch draufgeknallt, das noch draufgeknallt, das noch draufgeknallt. Und so, so, fertig. Sind wir jetzt? Warum haben? Es ist. Mein Name ist meine Firma. Was war denn hier? Tut mir leid. Fauler, wir kennen uns ja schon. Ich habe bereits. Oh. Ihr merkt schon. Und das erzählt. Dies ist ein. Eine sehr wichtig. Ja, ich spreche. Es fing alles ab. Wir beobachten. Unter den Dokumenten. Typ 7. Ein Konzept. Ein Planeten. Es hat sich heraus. Kamos und ich sind. Ich habe es aufgegeben. Warum wirklich? Soweit wir wissen, es war extrem ein Ansatz. Das ist noch übrig. Was ist denn so eine Anlage? Nachdem, Scherker, aber wenn ich mir... Verstehe. Seht euch vor. Das hätte ich sehen. Ja. Scheiß, was ist denn? Nervt voll. Wo geht's jetzt denn? Ach, da. So. Okay. Sieht jetzt eigentlich so schwierig aus. Mit der Talung können wir uns natürlich einiges ersparen. Einige Kämpfe meine ich jetzt. Oh, schon wieder durch. Das war einfach. Also. Fantastisch. Oh Gott, die Stimme kann ich gar nicht hören von dem Typen. Die Gamoriane. Aber ja, lasst mich. Ich kann natürlich... Hä? Nur nicht ihr anderen... Stimmt's witzig. Nö. Ey, Gamoriane. Einer von euren Typen ist doch auch mein Gefährte. Zumindest für ein anderer Charakter. Ich hab mir den übrigens auch noch hierher schicken sollen, aber ich hab mir gedacht, das lohnt sich eh nicht. Weil ich die eh nicht nutzen würde. Äh. So. Und sprich jetzt wieder mit dem Fauler. Boah, schon wieder nach dahin. Ich glaub, die Wege sind länger als die Quest selber. Ich glaub, wir grüßen teils jetzt hier Porte. Weil's einfach schneller geht. Ich glaub, andersrum wär schneller gewesen. Ich glaub, andersrum wär schneller gewesen. Wie viel ist der hier runter, ey. Alter, weil ihr nicht aufpasst, dann fällt man da schon immer runter. Das Banner einfach da hängen bleibt. Loll. Und die Statue da auch hängen? Ja. So kann man sie aber noch nutzen, obwohl sie eigentlich da oben jetzt angezeigt wird. Mir wäre wohler, wenn wir die Basis wechseln, Loller. Das sagt ihr je weiß. Ich muss nicht über das Gespräch kommen. Auf jeden Fall wird Mist. Loller zusammen, mein Netz. Dieser Geld. Also, da ich zuvor nicht kenne die Republik, ihr seid doch in der Nähe. Lecks. Reiches Sünd, die guten Neukamus und ich. Ihr erwartete, ich habe da ein, ihr könnt mich üb. Ich glaube noch das Holoterminal. Nichts Holoterminal. Der allerletzte. Der allerletzte was? Trefft mich im Wüsten, Außenposten. Bis dahin werde ich mehr Informat... Das wäre das Holoterminal. Ach, das ist so, das soll ein Holoterminal sein? Oder ist ein Spielautomat? Oder wie Fahrkartenautomat? Schön euch zu sehen. Wir machen uns in der Zwischen... Irgendwas sind wir nicht vor. ...unter den Daten. Die meisten ange... Wenn wir ihn finden, vielleicht können wir... Wahrscheinlich nicht. Sein Name ist Gro... Wer ist der? Ich schätze, er ist... Meine größte So... Die Situation ist ja unterlässig. Wenn wir die Befrag... Äh... Von da aus können wir die... Beispiel Chronik... Kurzson. Gute Wahl, was du mal? Da wird der so weit weg, ey. Was erlauben die sich immer dabei? Was erlauben die sich immer dabei? So weit wegzumachen. Äh... Ich will hier noch irgendwas sinnvolles kaufen. Einsatzreparaturrede, vielleicht brauche ich den ja mal. Mal. Sonst muss ich dieses KM oder irgendwas kaufen. Kommando-Rung 300. Kommando-Erfahrung brauche ich nicht. Das hier... Dankeschön, Maschinen kann ich mir gar nicht leisten. Neu-Zuweisung brauche ich auch nicht. Brauche ich auch nicht. Die sind voll zu Sachen. Ne, was ist das hier noch? Brauche ich nicht so ein Blödsinn. Hier, mehr Einfluss durch Gespräche. Zack. Äh... Äh... Na, ach maaaannn. Wird das jetzt wieder das gleiche Ding? Ne, ist was anderes. Sieht so gleich aus. Noch 20, ihr. Ohmich. Seid ihr? Mhm. Ich dachte schon, ihr aber die Sand. Bitte gefahren. Ich weiß es nicht. Ihr könnt aber auch... Ja, warte, ohmich helfe euch. Es sind die Wappen. Ich habe die Ersachen. Es ist eine... Da war ihre beschädigte Ausrüstung. Moin, wie mache ich das? Moin, was ist mein Sammeln? Hier, sammle das Bein. Ah, hier. Viertelstück davon brauchen wir. Aber schon das Zweite. Das Dritte. Da. Aber schon das Vierte. Was ist das? Ah, ich sag noch mal was. Also eigentlich habe ich schon fünf. Dann ist ja auch nur eins. Die Tacke ist auch so geil. Das ist ein bisschen so groß. Wird bestimmt auch was sein. Wie kommt früher? Glaubt mir. Ihr habt ein... Wisst ihr, sie haben mich zu... Das ist die Sache. Scherker ist die Republik. Das Forschungsbruch als alles schickt. Irgendwas mit der Basis. Etwas hat uns aus... Ich denke, das war genug. Ihr seid von Scherker. Zu schade. Ich habe mich gefunden. Wir haben die uns auch... Scherker ist Vereinigungsverhalten. Ihr habt meine... Die auch. Unser Honigtopf. Frieden wir auch alles drüber. Ich spreche auch nicht. Ich habe die... Wir müssen uns in Sicherheit... Achso, ja klar. So, sorry. So. Ach, viel Spaß. Er hat Unrecht. Hier, das... Was hat euch dazu gebracht? Ich will, dass ihr... Ich schulde ihn, als ich das verstecke. Das ist ja immer besser. Geht schon. Wenn ihr die anderen... So. Auf die Daten aus dem Südversteck. Äh. Hä? Du los. Hä? Ah, hier sind wir. Wir sind ja draußen. So, 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 dann kommen wir wieder an. Und zwar ist es. Leute. overdrada corsiert. Ist es ja. Warte, ich versuch mal was, ob ich den stunnen kann, wie das den denn hier wegklauen kann. Kannst mal weggehen, Fährte. Jawohl, es geht sogar. Geil, der Ballon ist immer noch da. Ich glaube, der hat sich sogar bewegt, ne? Oder war der Freund auch da? Ich muss einfach durchfahren hier. Ich will zurücklehnen. Ich will zurücklehnen. Ich will zurücklehnen. Ich will zurücklehnen. Das Ding ist da oben drauf, oder wie, oder was, oder wo? Ne, doch da. Und die muss ich besiegen, scheiße. Dann hätte ich mich ja erst mal heilen sollen. Ja, boah, da ist er da. Da heilt uns ja genug. Und ich bin doch selber Heiler. Ja, einer der schlechtesten Heiler Deutschlands. Okay, das passt. So. Ist das da? Das wird's wohl sein. Irgendwo ein Gegner? Ja, der hier, aber der stört ja eigentlich nicht. Für Sicherheit, der trotzdem mal stun hier. Voll einfach. Ich würde sagen, ich darf da schon mal hin. Ich brauche mich schon mal zum Außenposten auf Screen. Ja, dann bis zur nächsten Folge. Und ciao. Fuck. So, bis zur nächsten Folge. Ciao.